Hallo liebe Freunde, ich weiß, ihr habt längst von mir gehört, aber wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen habe ich zur Abstimmung aufgerufen über Stagelang, in welche Stadt ich keine kommen soll, in welche Stadt ich ein Seminar oder ein Simultran geben soll. Und wenig überraschend, Berlin hat gewonnen und passt auch ganz gut, denn ich bin gerade nach Berlin umgezogen und das Event ist jetzt angesetzt auf den 5. November und zwar bei der Schachgesellschaft Lasker Steglitz. Und das Event sieht folgendermaßen aus, erst mache ich eine Stunde ein Seminar oder ein Vortrag, ist glaube ich das bessere Wort, über das Thema Psychologie im Schach, das heißt wir darüber sprechen, die mentale Einstellung, wie man herangeht an der Empathie, wie man das meiste rausholen kann mit seinem Verhalten am Brett und wir werden Themen besprechen, wie Zeitmanagement, Umgang mit Remierangeboten und Kampfgeist, wovon ich ein großer Fan bin. Und danach gibt es ein Simultan, was wahrscheinlich ungefähr 3 Stunden dauert, gegen bis zu 20 Teilnehmer. Das heißt insgesamt 20 Leute können an diesem Event teilnehmen. Und das Ganze geht los um 15 Uhr und geht ungefähr bis 19 Uhr bei Simultanveranstaltungen. Kann man es ja immer nicht so ganz genau sagen, wie lange es dauert. Ihr findet alle Infos auch nochmal, wenn ihr auf diesen Link geht. Wenn ihr auf YouTube seid, ist es in der Beschreibung. Und wenn ihr gerade auf Facebook schaut, dann ist es über mir irgendwo. Und da könnt ihr euch auch anmelden über Stagelink für dieses Event am 5. November, 15 Uhr. Und das ist im Steglitz. Ihr seht die genaue Adresse an, wenn ihr auf den Link geht. Vielleicht sehe ich euch dann da. Würde mich freuen. Bis bald. Macht's gut.